Hallo, ich bin Sabrina und das sind die Game News von heute. Tequila Works, das Studio hinter Drieme und Song of Nunu, A League of Legends Story, bringt am 6. Juli ein neues Horrorspiel heraus. In diesem Spiel spielst du die Rolle von Sally, einem kleinen Mädchen, das in Betelwort lebt. Ihr Leben ist nicht einfach und es ist noch schlimmer geworden, seit ihre kleine Cousine Emily verschwunden ist. Nachdem sie von einer Gruppe von Schlägern gejagt wird, wird Sally in eine verdrehte Version ihrer Stadt hineingezogen, in der ihre engste und schlimmsten Erinnerungen auf eine böse und sehr reale Weise dargestellt werden. GYLT ist ein narratives Abenteuerspiel mit Rätseln und Action, das in einer fiktiven alten Bergbaustadt im Bundesstaat Maine spielt. Die unheimliche Geschichte vermischt Fantasie und Realität an einem surrealen Ort. Die Spieler müssen sich vor schrecklichen Kreaturen verstecken oder ihnen entgegentreten und ihren Weg durch die Herausforderungen in dieser bösen Welt finden. Auf dieser Reise müssen sie sich ihren schlimmsten Ängsten stellen und werden mit den emotionalen Auswirkungen ihrer Handlungen konfrontiert. Folgt uns auf GameTV.ch für mehr tägliche Game News. Bis zum nächsten Mal, eure Sabrina. 警 no Untertitelung. BR 2018